Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Erntefrisch und was das bei Go bedeutet, das zeigen wir Ihnen am Beispiel der Tomaten. Gefleckt mit viel Mühe und Erfahrung werden die schönen Tomaten geärten. Wenn Sie die richtige Reife haben, werden die Tomaten sorgfältig abgelesen. Dann werden sie nach den strengen Qualitätsvorschriften von Goob kontrolliert und verlesen. Auf Bürsten schonend gereinigt und sorgfältig verpackt. Gerade richtig zum Verkauf in Ihrem Goobladen. Übrigens sollten Sie die Tomaten nie im Kühlschrank lagern, nämlich unter 12 Grad. Da gehen wertvolle Substanzen verloren. Wie wäre es jetzt einmal mit einem herzhaften Tomatensalat? Tomaten haben ja sehr wenig Kalorien und dafür aber viel Nährwert und Vitamin C. Übrigens wissen Sie, wie der Tomatensalat ganz besonders gut wird. Ganz einfach mit ein bisschen fein geschnittenem, frischem Basilikum. Profitieren Sie vom grossen Tomatenangebot bei Goob zu günstigsten Tagespreisen. Und jetzt zu weiteren Goob Aktualitäten dieser Woche. Bei Goob gibt es jetzt elastische Jogging Trainer in einer strapazierfähigen Qualität aus 80% Baumwolle und 20% Polyester. In der Größe 5-9 für die Elite und 116-176 für die Junioren. Diese Jogging Trainer für die ganze Familie gibt es jetzt bei Goob zu Preisen, die für diese Qualität einmalig ist. Auch für Ihre Haarpflege finden Sie bei Goob das richtige Qualitätsprodukt. Zum Beispiel das richtige Shampoo für Ihres Haar, das Farce Soft Shampoo, das Belle Color Farbshampoo oder das Palmolive Baby Shampoo. Damit Ihre Frisur immer pfleckt ist und damit sie tadellos sitzt, Elnett Haarspray, Brillcreme oder Beldam Brushing. Und das ist eine spezielle Goob Leistung auf Picknick Saison. Achtet Sie auf das einmalige Angebot für Zweifelbomchips. Goob Extraktion von morgen bis am Samstag. Aber jetzt gehen wir schnell in die Studioküche zum Goob Rezept der Woche. Freuen Sie sich auch am Sommer mit den feinen milden Sommerüben. Eben, darum habe ich ein Rezept bereit für einen feinen Maissalat. Fünf Zutaten machen unseren Maissalat so lustig. Für vier Personen. 340 Gramm Midi Sweet Corn Maiss. 435 Gramm rote Indianerbohnen Midi. 280 Gramm Korb Sparkelspitzen. 200 Gramm Tomaten. Und 30 Gramm Oliven mit Piment. Alles das lassen wir etwa eine halbe Stunde in der Sauce marinieren lassen. Zum Anrichten, die an einer Platte schön mit Salatblättern auslegen. Das feine Maissrezept finden Sie diese Woche in der Goob Zeitung. Ich wünsche Ihnen einen guten. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Sommerabend. Und sehen Sie noch weiter, bis zum nächsten Mittwoch. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Goob Planta Margarine 2 Becher an 250 Gramm nur 3,20 Gramm. Planta Minus Galorie 2 Becher an 250 Gramm nur 2,90 Gramm. Und das ist Goob Extraktion vom Donnerstag bis Samstag. Zwiebel Pompchips Natur 170 Gramm und Paprika 157 Gramm. Ein Beutel nur 1,95 Gramm. Auf Wiedersehen.